Ich kann dir den besten Übungsplan auf der Welt schreiben, wo alles haargenau bis ins Detail drauf geschrieben ist. Es wird nicht viel bringen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir alle unterschiedliche Menschen sind und wenn eine Übung auch perfekt für eine Sache geeignet ist, heißt das immer noch nicht, dass die perfekt für dich geeignet ist. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, auf den eigentlich nie eingegangen wird. Bis jetzt, beziehungsweise bis Januar 23, da hat Benni Greb nämlich dieses Buch veröffentlicht. Effective Practicing for Musicians, Benni Greb ist ein Schlagzeuger, das kann uns aber scheißegal sein, das gilt für einen Bass ganz genauso. Und heute will ich dir mal einen kleinen Überblick über dieses Buch geben, dir erklären, was darin anders ist als an sonstigen Lernbüchern. Und ich will mit dir ein bisschen konkreter auf meinen Lieblingspart in diesem Buch eingehen, der sich übrigens deckt mit dem, was ich in meiner Gewohnheitscoach-Ausbildung gelernt habe, bei einem Top-Verhaltenspsychologie-Forscher, der in Stanford lehrt. Also absolutes Big-Brain-Buch, kann ich jetzt schon sagen. Hier in dem Video kann ich dir keinen kompletten Überblick über dieses Buch geben, also es lohnt sich hinterher immer noch, das zu kaufen. Was ich stattdessen machen will, ist dir von den Sachen zu erzählen, die bei mir einen Nerv getroffen haben und wo ich noch persönlich was zu sagen kann. Ganz früh im Buch trifft Benni eine wichtige Unterscheidung, nämlich die zwischen Spielen und Üben. Und er sagt, und das sehe ich auch so, dass es wichtig ist, dass man das nicht miteinander vermischen sollte. Ist erstmal nicht ganz intuitiv, weil Üben macht ja mehr Spaß, wenn man spielerisch rangeht. Aber lass mich kurz erklären. Spielen und Üben bezweckt beides, was völlig unterschiedlich ist. Das Spielen ist explizit für den Spaß gedacht und muss sonst überhaupt nichts bringen. Du musst dabei nicht besser werden. Und das Üben ist genau das, was dich eben besser macht. Wenn du beides vermischt, dann führt es dazu, dass das Spielen weniger Spaß macht, weil du immer wieder unterbrechen musst. Ach, dann hat dies noch nicht geklappt, dann ist das noch nicht sauber. Dann musst du da nochmal eine Sache wiederholen und fliegst da raus. Und zum anderen wird das Üben wesentlich ineffektiver, weil du halt immer dies machst und das machst und jenes machst. Und im Endeffekt wird es dann zu einer Nudelei, die dich im Endeffekt nicht weiterbringt. Das heißt nicht, dass du nicht spielen sollst. Ganz im Gegenteil. Du sollst es nur aufteilen. Also übe gerne 20 Minuten und dann spiel 20 Minuten ohne zu üben. Und du wirst dich wundern, wie weit du kommst, wenn du wirklich stringent dich hinsetzt und 20 Minuten nur an einer Sache übst. Weiter geht Benni darauf ein, wie hilfreich das ist, einen guten Überraum zu haben. Für Drummer natürlich besonders, wenn das Schlagzeug irgendwie blöd rumsteht oder wenn man das abbauen muss, weil noch jemand anders im Raum was macht oder wenn man sich das teilt mit jemandem. Das ist ein unheimlicher Zeitfresser. Und je schwieriger eine Sache ist, desto weniger wahrscheinlich ist, dass man das regelmäßig macht. Ganz normale Verhaltenspsychologie. Und das gilt aber natürlich auch für uns BassistInnen. Wenn du deinen Bass fest angeschlossen hast an deinem Verstärker, an deinem Interface, du nur Steckdosenleiser anmachen musst und loslegen kannst und deine Übesachen direkt da liegen hast, deine Bücher, dein Login zum Online-Kurs meinetwegen direkt auf dem Desktop von deinem Computer, dann ist es wesentlich leichter, wesentlich angenehmer und wesentlich wahrscheinlicher, dass du das halt auch regelmäßig machst. Wenn du dich mal hier umguckst, so muss das hier nicht aussehen. Ich habe mir das hier so eingerichtet. Einmal natürlich, um einen vernünftigen Hintergrund für YouTube-Videos zu haben, klar. Aber zum anderen, weil es auch einfach chillig ist, hier rumzuhängen. Ich habe immer den Bass direkt am Computer angeschlossen. Da habe ich meine Plugins und alles, was ich zum Üben brauche, habe ich sofort auf dem Desktop verlinkt oder sehr leicht zugänglich. Aber beschränk dich nicht nur darauf, in deinem Überraum zu üben, denn wenn du es wirklich willst, kannst du überall üben. Du kannst natürlich nicht immer alles überall üben, also zum Slappen üben. Du brauchst einen Bass, ist klar, aber brainstorm doch mal die Möglichkeiten, die du hast, wenn du unterwegs bist. Ein paar Beispiele. Du kannst einen Song hören und mental mitspielen, also im Geiste deine Hände quasi bewegen. Dem Gehirn ist das egal, ob du das wirklich machst oder es dir nur vorstellst. Die Realität ist eh relativ. Dann kannst du dir einen Metronom anmachen und dazu rhythmisch die Subdivisions irgendwie mitklatschen, mitschnipsen, was auch immer. Hierzu übrigens meine Empfehlung, die App Gap Click von Benny Greb, mit der man super Rhythmen üben kann. Aber es gibt auch Apps, mit denen du Gehörbildung trainieren kannst. Du kannst, wenn du im Zug bist, an deinem Laptop Musik produzieren. Du kannst aufgenommene Basslinien mit Sounds versehen und irgendwie mit Plugins üben und ausprobieren. Oder was ich immer mache, was eigentlich schon fast so ein bisschen zwanghaft ist, ich muss immer alle möglichen Töne nachsingen, die ich draußen höre. Also wenn ein Müllabfuhr rückwärts fährt, Tüt, Tüt, Tüt. Oder bei Netto an der Kasse, Piep, Piep. Keine Ahnung. Also jede Menge praktische Tipps im Buch, aber Benny geht auch noch ein bisschen tiefer und spricht über Disziplin und Motivation. Er plädiert zum Beispiel dafür, dass man Disziplin nicht als Bürde betrachtet. Oh Gott, ich muss das machen. Sondern als Befreiung. Wenn du diese Sache machst, dann kommst du dahin zu dem Punkt, den du erreichen willst. Ist das nicht geil? Und da kommen wir dann auch direkt zur Motivation. Es geht nicht darum, was soll ich üben? Was muss man können? Sondern wo soll mich mein Weg hinführen? Was will ich eigentlich? Und das hat mir eigentlich schon immer im Musikunterricht gefehlt oder im Unterricht generell. Hierbei kleiner Hate ans Schulsystem. Niemand fragt, was wir eigentlich wollen. Dabei geht es doch darum. Vor allem, wenn wir uns ein Instrument aussuchen, wenn wir dann zum Lehrer rennen und der sagt, mach dat, mach dat, mach dat. Das kann am Anfang natürlich super hilfreich sein, wenn man vom Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo dich das nicht mehr kriegt. Wo du deine eigenen Sachen machen musst. Lass uns doch gleich nochmal zum Thema Motivation und Disziplin zurückkommen. Aber erst noch ein paar praktische Tipps von Benny. Auf Seite 109 stellt Benny die Whale Method vor unter der Überschrift How to tackle big things by making them small. Und das ist genau das, was ich schon immer predige. Du kannst schwere Sachen nicht lernen. Du musst einfache Sachen lernen und die so gut üben, bis du die kannst, weil dann die nächst schwereren Sachen wieder einfach für dich sind. Also du darfst, statt schwere, große Brocken in Angriff zu nehmen, dir große Sachen einmal auf dein Tellerchen packen und schnittchenweise dir einverleiben. Und so beschreibt Benny das auch in der Salami Slice Method. Also du nimmst dir eine Sache vor und machst die scheibchenweise schnipp, 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 schnipp. Und so werden auch die schwersten Sachen einfach. Salami Slice Method, wie funktioniert das Ganze? Also ich habe zum Beispiel einen Groove, den ich üben muss, für ein Konzert von einem ganz bestimmten Ritarristen, den ihr vielleicht auch kennt. Und dieser Groove ist ganz schön knackig. Der steht auf 165 BPM und soll ungefähr so klingen. Also du merkst, ich kann den selber noch nicht so hundertprozentig, aber ich kann ihn schon viel besser, als ich ihn konnte, als ich angefangen habe, ihn zu üben. Ziemlich schnelles, kompliziertes Ding, also wie so ein Wal, das kriege ich in allem niemals runter. Ganz davon abgesehen, dass ich wale, sowieso nicht, naja. Also schneide ich mir Scheibchen für Scheibchen ab und übe das separat. Der Anfang war... Das ist knifflig, also mache ich nur die ersten zwei Töne. Ein Schlag... Und eine Deadnote. Das geht, ne? Das kann man dann eine Weile üben, bis es geht. Und dann fügt man den nächsten Schlag dazu. Das war der Downstroke. Und der Upstroke danach. Und dann zwei lange Noten. Und so weiter. Ich hoffe, du verstehst das Prinzip. Es geht nicht darum, dass man jetzt weniger üben muss. Man muss schon trotzdem eine ganze Menge üben. Aber das ist halt einfach eine super klare Herangehensweise. Und so funktioniert es einfach. Und auf die Art kannst du dir jede schwere Sache vornehmen, die herunterbrechen in einfachere kleine Teilchen und wunderbar üben. Ein weiterer praktischer Tipp im Buch ist die Sandwich-Methode. Hier stapelt man nämlich einzelne Elemente aufeinander, die man aber vorher einzeln übt. Schau dir zum Beispiel mal dieses Riff an. Das ist ein Groove aus meinem Online-Kurs Rockbass Mastery. Übrigens Link zu meiner Seite. Findest du unten. Und der ist gar nicht so einfach, weil rechts die Abfolge der beiden Finger so knifflig ist. Wenn du mal schaust, ist es nicht ganz einfach. Man muss viel hin und her wechseln. Und gleichzeitig muss man links natürlich die Noten greifen und entsprechend wieder abdämpfen. Also Sandwich-Methode nur links. Okay, ist nicht so schwer, aber die rechte Seite ist knifflig. Und deshalb muss ich mich mal nur auf meine rechte Hand konzentrieren, ohne links irgendwas zu machen, um mir diese Bewegungsabfolge, die ich hier spielen will, anzutrainieren. Tatsächlich ist es gerade bei diesem Groove wichtig, mal nur die rechte Hand zu üben und dann mit der linken Hand zusammenzuführen. Viele meiner Schüler und Schülerinnen achten nur auf die linke Hand, gucken dann so, achten gar nicht darauf, was die rechte Hand macht. Und wenn man bei mir in der Groove-Akademie angemeldet ist, kann man regelmäßig Video-Feedback kriegen. Das heißt, die Leute schicken mir dann ein Video zu und ich sehe, die machen mit der Hand irgendwas. Also total ungeplant. Und das ist eben die Sandwich-Methode, die Benni beschreibt. Man arbeitet erstmal an seinen einzelnen Skills separat, bevor man die dann zusammenpackt. Also linke Hand, rechte Hand, beide. Beim Schlagzeug natürlich noch viel wichtiger, da hat man linke Hand, rechte Hand und noch zwei Füße. So, kommen wir mal zum Thema Übeplan. Immer wieder werde ich nämlich gefragt, Dennis, was soll ich eigentlich üben? Und wenn ich diese Frage höre, dann bist du eigentlich schon nicht in der richtigen Richtung unterwegs. Ich kann dir natürlich 100 Sachen geben, die du üben sollst, die du können musst. Aber das bringt dich ja nicht an dein Ziel. Also viel wichtiger als die Frage, was soll ich machen, ist die Frage, was will ich eigentlich machen? Und da möchte ich Benni Gräb für schmusen und küssen und heiraten. Darauf geht Benni ganz besonders ein. Also ganz kurz, heiraten möchte ich natürlich Benni nicht. Also wir kennen uns ja gar nicht. Besser, wir lernen uns erstmal kennen. Bennis System hier im Buch umfasst drei Schritte. Eins, the destination, the why, also das Ziel und das warum. Das ist halt ein Schritt. Der zweite Schritt, your current location, also dein jetziger Standort. Wo stehst du jetzt? Und Nummer drei, the next step. Also welchen Schritt musst du von da, wo du bist, dahin gehen, wo du hin willst, orientiert an deinem warum. Und da wird laut Bennis Methode im Buch erstmal eine Who-Liste geschrieben. Wer-Liste. Also wer sind eigentlich die geilen BassistInnen, an denen du dich orientieren möchtest? Also wer hat eine geile Technik oder klingt auf irgendeine Art cool? Das muss nicht nur jemand am Bass sein, kann auch an einer Gitarre oder an welchem Instrument auch immer sein. Also mach erstmal eine Liste von Leuten, die du irgendwie geil findest. Also du machst eine lange Liste und da könnten zum Beispiel draufstehen Victor Wooten, Marcus Miller, Geddy Lee, Billy Sheehan, Flea oder Tim Comerford oder wer auch immer. Liste halt, deine Liste soll es sein. Und im nächsten Schritt schreibst du neben die Namen, warum? Warum findest du die eigentlich so geil? Also was ist denn das, was dich an denen fasziniert? Bei Marcus Miller könnte es sein, das geile Slappen und dieser saftige Slap-Sound dabei. Bei Flea könnten es einfach die coolen Riffs, die fetten Licks sein, die er sich ausgedacht hat. Bei Billy Sheehan einfach die pure Geschwindigkeit. Also wenn du diese Warums aufgeschrieben hast, warum diese Person so geil ist, versuchst du davon, die musikalischen Skills dir zu erschließen, die machen, dass die Person so geil ist. Also bleiben wir zum Beispiel mal bei Marcus Miller. Simpel. Slap, Pop, Dead Note, Hammer On. Also rechte Handtechnik Slap und Pop, linke Handtechnik Hammer Ons, Dead Nones. Dazu übrigens noch eine gehörige Portion ordentlich dämpfen. Billy Sheehan, pure Geschwindigkeit. Links Tonleitern, Arpeggios, rechte Hand, Wechselschlag, Raking, hochspielen, runterspielen, kreuz und quer. Und dann listest du dir diese Skills auf und findest für dich raus, welche davon dir am wichtigsten sind. Dann machst du zum Beispiel eine Liste von fünf Stück. Das kann sein Slap, bei mir ist es noch Plektrum. Ich hab mir selber notiert Sound, weil ich das immer mehr wichtig finde, einen guten Sound für mich zu finden. Dann kann Grooves drin sein, Phrasierungen, Melodien spielen. Aber da kann ich dir jetzt eine ewig lange Liste erzählen. Es geht ja darum, das was du willst. Als nächstes suchst du dir aus, an welchen dieser Punkte du arbeiten möchtest und suchst dir ganz spezifische Dinge aus, mit denen du das erreichen kannst. Ein Beispiel von mir ist zum Beispiel, dass ich mein Fingerstyle-Spiel verbessern wollte. Ich hab in der Vergangenheit viel Slap und Plektrum gespielt. Fingerstyle-Geschwindigkeit und Flüssigkeit hat so ein bisschen drunter gelitten. Also hab ich mir einen geilen Song vorgenommen, nämlich Dean Town von Wolfpack und den auf meine Überliste geschrieben. Mit 20 Minuten täglich. Halbe Stunde wäre besser. Noch mehr wäre natürlich noch besser. Aber ich hab auch mehrere Ziele, die ich verfolge. Und das über einen Zeitraum von drei Monaten. Das ist der Zeitraum, den Benny empfiehlt. So weit. Ich bin noch nicht fertig mit Üben. Und in diesen drei Monaten dokumentierst du deinen Fortschritt. Also du machst zum Beispiel eine Video- oder Audioaufnahme, bevor du das überhaupt erstmal angefangen hast. Also wie scheiße du das spielst, ohne es jemals geübt zu haben. Dann dokumentierst du von Mal zu Mal deinen Fortschritt. Also jeden Tag, wie du dich verändert hast. Und am Ende machst du eine Abschlussaufnahme von deinem Gesamtergebnis. Und ich verspreche dir, wenn du die Methoden beherzigst, die im Buch stehen, dann wirst du so einen riesen Fortschritt machen. Und das in dem, was du möchtest. Nicht in dem, was du sollst. Da kommt nämlich auch wieder die Motivation ins Spiel. Na klar, haben wir mehr Bock, das zu tun, was uns an unser Ziel bringt. Vor allem, wenn wir darauf vertrauen, ein funktionierendes System zu haben. Und wenn du anhand deiner Aufnahmen von Tag zu Tag merkst, es wird besser, dann gewinnst du auch dieses Vertrauen, dass du an deinem Ziel ankommen wirst. Was du vielleicht ganz am Anfang noch nicht hast. Benni erklärt das so, wenn du im Taxi auf dem Weg zum Eiffelturm sitzt und du merkst, der wird immer größer. Ja, dann hast du ja auch irgendwie das Vertrauen, dass der Fahrer, die Fahrerin weiß, wo es lang geht. Und so ist das beim Üben mit den Aufnahmen auch, wenn du merkst, oh, das wird immer sauberer und ich kann immer schneller spielen und ich spüre auch, es wird immer einfacher. Na dann gewinnst du natürlich Vertrauen in die Methode, in das System und Vertrauen in dich selbst, das auch können zu können, was du willst. Also ohne Scheiß, dieses Buch ist der absolute Knaller. Ein paar Sachen da drin sind der totale Game Changer für mich gewesen. Es hat sich wunderbar angeknüpft an das, was ich zum Thema Verhaltenspsychologie gelernt habe. Auch was das Üben und Gewohnheiten betrifft. Und ich möchte nur ans Herz legen, das zu kaufen. Übrigens, ich habe dazu einen Affiliate-Link. Darüber kannst du es kaufen. Deswegen empfehle ich das aber nicht. Ich würde das auch empfehlen ohne diesen Affiliate-Link. Und du kannst es auch gerne einfach so überall kaufen, wo du möchtest. Bitte nur nicht bei Amazon, weil das ist ein Scheißladen. Also wenn du mir was Gutes tun willst, bestell es bei Thomann über meinen Link. Ansonsten gerne bei einem Buchladen in deiner Nähe. Ich wünsche dir viel Spaß damit, hau rein.